Ich erinnere mich. Der Ort, wo ich die Nebenquests erst mal liegen lassen wollte. Ah ja, okay. Ich glaube, zwei Quests vor der nächsten Uni. Endlich treffe ich mal eine fähige Andhörerin. Nicht immer die blutigen Anfänger, denen wir das Fell über die Ohren ziehen. Es ist meine Ehre, dir auf deine Suche nach der nächsten Köstlichkeit zu helfen. Das Wellwickwurmfleisch, für das diese Region hier berühmt ist. Der Sandwurm ist wirklich eine Delikatesse, aber am besten ist das Fleisch der Weibchen. Die sind allerdings sehr selten. Manchmal muss man wochenlang auf die Pirsch gehen, um eins zu Gesicht zu bekommen. Die Sandwürmer hier in der Nähe sind nämlich fast alle Männchen. Zum Glück kennen die Drakonjäger einen verlässlichen Trick. Man muss den Wellwickwurm mit dem richtigen Köder anlocken. Und weil du dich als Drakonjägerin behauptet hast, verrate ich dir auch, wie man das macht. Lege an der Stelle, die ich dir auf deiner Karte markiere, einen Anglerfischkadaver aus. Anglerfischkadaver kannst du dir besorgen, indem du Anglerfische zur Strecke bringst. Hongrige Wellwickwürmer sind äußerst aggressiv. Du wirst dein gesamtes Können als Kriegerin einsetzen müssen. Gute Jagd. So, okay. Es ist leider gerade... Dingens hier. Am Mann. Das heißt, ich werde mich leider wohl oder übel. Die Stufensteigerung beginnt ein bisschen. Solange wie der Bonus da noch aktiv ist. Ich hoffe, er bleibt aktiv. Wäre schön. Ja, ich will auch. Ich will auch. Kommt schon. Ich fühle mein Bruder. Wenn du dich beeilst, Kitty. Ich will den Bonus noch abkriegen. Wenn du dich beeilst, kannst du noch mitkommen. Ich will den Bonus noch haben. Dann riskiere ich das jetzt einmal kurz. Ich halte sicher. Ich halte davon, wenn du es best Best da nie ist. Ich geへ tail, wenn du fest bist. Ja, ich weiß. Ich weiß. Oh, und auch er sagt sich, oh Gott, schau. Hm, vor sechs Tagen. Wird neu gesucht, sind nicht drin. Wird neu gesucht, sind nicht drin. Wo kommst du an, Kitty? Kommst du in Limsa an? Oder soll ich lieber hier warten? Okay. Okay. Also Gredania. Ja. Vermute ich jetzt einfach mal. Was ist denn, Iron? Oh, ich sollte vielleicht die Apfelscholle nicht schütteln. Ich hab nen Brief. Warum hab ich nen Brief? Warum hab ich nen Brief? Oh. 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 Oh, noch ist der Tag-Botus da. Oh mein Gott. wie soll er stunden später nach hier nachladen nicht darüber gucken was denn für einen büri ja nice wie viel habe ich jetzt ich weiß nicht mehr wo ich sie habe fragen über fragen wie wir dann ausloggen und dann ja gut das stimmt jetzt ist ein heiler bonus ja gut müssen wir dann trotzdem warten müssen wir wieder warten das ist ein heiler bonus dann warten wir halt machen wir halt erst gehen guys ist auch in ordnung komm ich auch mit klar genau deswegen ich will halt nicht auf den bonus verzichten wenn ich schon meinen tank habe gibt ja auch noch mal zusätzlich erfahrung ich habe vergessen zu gucken wo meine dinger sind hier sind meine dinger 15 habe ich stolze 15 15 15 stück da wäre ich ihm von den beiden war das noch mal da da ja mir geht's gut danke der nachfrage Hallo, Kitty. Oh, Tankbonus ist wieder da. Oh Gott. Also was willst du mit, Kitty? Willst du noch auf dem Maschi bleiben? Ja. Oh, komm schon. Ich bin der Bonus. Ich bin der Bonus. So, jetzt muss ich aber einmal ganz kurz... Luki, Luki, man. Ich hab Lust auf die Idee. Nice. Ha? Ha? Ich hab ihn. Ich werde doch bestraft. Bestraft werde ich doch hier. Oh mein Gott, ey. Also wenn das beim Tank immer passiert in Zukunft. Ich brauch gar keine Angst haben. Ich krieg sowieso keine großen Innis. Also von daher... Ich geh jetzt weiter. Ich kann auch weiterziehen. Ne, ich bin nicht sicher, ob der weiter will, oder? Ich bin nicht sicher, ob der weitergeht. Ich geh jetzt hier weiter. Hm, faszoh. Hai. Faszoh. Ja, ich könnte mir jetzt Tfantania holen. Hauptendlich. Hauptendlich mein Mount, was ich haben wollte. Ja, ich weiß nicht. Ja, aber ich... All right. Aber faktlich. Nein. Was war doch so mal? Oh. 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 Hi. Oh my god. Why the fuck is the thing so good? Oh yeah. Okay. Ich bin echt maß drin im Fenstrucken. Nein. Komm her. Wie ich wissen... Hm. Mhm. Nein. Hm. Ja. Hi. Das ist ja ja zuhören. Ja. Das war. Ja. Hi. Dieses Menphilia hochgeschwitzt. Da mag jemand Menphilia, ey. Na gut, das ist ja ganz schmacksache. Mir kann man diese Frau echt um den Brust binden. Wird sie trotzdem nicht toll finden. Hi. Komm her. Okay, das finde ich. Ist ein... Gezogen gerade. Ja, das ist gut. Ich habe das gar nicht mitgekriegt, dass der hinter dir schon hergerannt ist. Alles gut. Hi. Hoch. Hi. Hi. Alter kleinen Wauzis bitte zu mir. Ich eile, ich eile, ich sprintel, ich eile. Hoch. Hoch. Kommt her. Okay. Habe ich alle? Ich habe alle. Gut. Ich habe alle. Kohle, ich bin ziemlich doll. Ich habe alles wieder. Wir werden nicht zufrieden. Wir müssen ra Seite. Und wie sie sind. Weißt du mal. Wir müssen nahm, was es übert. Wir müssen. Und wie alles. Wir müssen. Wir müssen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ähm. Ja. Ich akzeptiere es mal. Was auch immer. Hi. Ich hätte gern das Buch. Ich werde das einfach nur alles abgeben. Gerade brauche ich es noch. Hi, Kitty. Wie viel? Level 39. Ja, nach Brüllbox habe ich es dann fast. Das sind ja nicht mal viele Quests. Das Brüllbox. Ich will nur das Buch haben. Ich will nur das Buch haben. Ich würde schneller gehen, wenn du rausgehst oder würfelst. Nein, du hast es bekommen. Ja. Okay. Ich habe es nicht bekommen. Ich habe auch ein Vers bekommen. Juhu, ich habe es. Oh mein Gott. Ist das nicht nice? Ist das nicht nice? Ist das nicht nice? Ich liebe es. Ich bin happy. Ich bin happy. Das war die letzte Klassenquest, die ich gemacht hatte? Okay. Also ich bin noch nicht so weit ab. Also für Brüllbox brauche ich es nicht. Ähm. Nein. Köstlicher Wurm. Ich muss zurück in meine Wüste. Heute wollen wir hier Brüllbox schaffen. Wer die zwei Monster nie bekommt. Oh. Oh. Doch, irgendwann kriegst du die. Irgendwann kriegst du die. Hoch. Äh. Äh. Ist, äh. Wir führen uns dabei zu hoch. Achso, ja. Ja, ja. Das stimmt. Wenn du, wenn du, äh. Wenn wir nicht im gleichen Gebiet sind, geht das ja, ne? Meine ich. Aber ja, wäre besser. Ich sag dir Bescheid, wenn Brüllbox kommt. Jetzt aber das Gebiet ist auch kein Mentorbonus. Ja gut. Den Linker spielt nicht mehr. Äh. Aber vielleicht findest du ja jemand anderen, der irgendwann nochmal. Oder so. Eine Möglichkeit besteht immer noch. Ähm. Das ist doch das einzig Gute gerade noch. Ähm. Ähm. Ich krieg mir jetzt noch meine Köln. Ähm. Ähm. Auch wenn ich, äh. Sonst mit... ...den Person nichts mehr zu tun haben will. Die den... ...Pot gekriegt hatten. Äh. Es ist ein Fluch, es ist aber auch ein Segen. Je nachdem, wie man es nimmt. Lauf bei der kleine Katze. Lauf. Ich frag mich immer noch, wie das Vieh bei den Krallen laufen kann. Sag sowas nicht, Hybrid. Jeder hat mein Glück. Komm, ich hab mir einfangs extra noch einen, äh, zweiten Account gemacht. Nur damit ich den vielleicht kriege. Gut, den Account habe ich bis jetzt nicht nochmal erneuert, aber... Hm. Äh. Äh. Ja. Kein Kommentar. Durch Umwege. Aber das, das habe ich dann doch nicht nochmal gemacht. Ich wusste nicht, dass ich mir damals bei Spielen nämlich nochmal... Also, dass ich es gekauft und nicht die Testversion hatte. Das ist das... Ja. Weiß auch nicht, wann ich mir das Spiel nochmal für die Konsole gekauft hatte. Ja, keine Ahnung. Bewusst ist es nicht gewesen. Und? War die Jagd erfolgreich? Hast du das Stück Welbe-Wurmfleisch bekommen? Ja. Ich hab's ja gewusst. Du stehst einem Drakon-Kriegerin in nichts nach. Diese Würmer... Würmerweibchen unberechenbar. Besonders wenn sie läufig sind. Aber du hast einen zur Strecke gebracht. Ähm. Deine Beute muss haltbar gemacht werden. Das kannst du getrost mir überlassen. Ich werde sie räuchern lassen. Und an Wayscat schicken. Wo du die dritte Köstlichkeit findest, das weiß ich leider auch nicht. Wahrscheinlich wirst du an die Sonnenküste zurückkehren und Wayscat selbst fragen müssen. Ach. Könntest du ihm bei dieser Gelegenheit nicht ein Geschenk von mir überreichen? Ähm. Könnte ich. Ich nehme das Geld. Wird mal. Ähm. Reitgeschwindigkeit. Yay. Südliches Sanalan. Wurdest du mir einen Gefallen tun, wenn ich gerne eine Flasche Onyx-Brandwein von mir überreichen? Ich habe ihm so viel zu verdanken. Während unserer Zeit im Heer der Helden hat er mir mehr als einmal das Leben gerettet. Er ist ein Krieger von allerhöchsten Können und hat meinen vollen Respekt. Und er hat mich immer objektiv nach meinem Leistung beurteilt. Dafür bin ich ihm dankbar. Was die Köstlichkeiten angeht, habe ich einfach mal den Text aus Versehen übersprungen. Weil es mich am Finger gejuckt hat. Ist egal. Passt trotzdem. Hm. Es war ein Versehen. Wer es lesen will, muss dann im Nachhinein nochmal zurückspulen im Video. Ah, das Ganze kommt irgendwann, wenn ich es zeitlich schaffe auf YouTube. Wobei, ich bin zurzeit fleißig, was die Videos angeht. Zurzeit bin ich echt fleißig. Da habt ihr mich jetzt wieder welche fertig. Nächste Woche kommt dann auch wieder Live Strange für For the Storm. Habt ihr dann auch wieder was zu gucken. Ich weiß gar nicht. Wie viele Videos kommen jetzt noch? Also fertig sind einige. Ich weiß noch nicht, wie viele ich... ...gemacht hatte. Also hochgeladen hatte schon. Okay, von den Live Strange Part 2. Oh, okay. Ja, hochladen müsste ich dann mal. Marinaren-Stream. Je nachdem... Warte mal. 20 Uhr... Ja doch, 23, 23, 30 müssten wir durch sein. Sie und ich. Dann kann ich mich nochmal ein, zwei Stunden hinsetzen und Paris hochladen. Da wirst du ja wieder. Die Köstlichkeiten sind in der Zwischenzeit auch bei mir eingetroffen. Gute Arbeit. Mhm. Von... U... 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 Ü... shocking... U... U... Ja, Herr kerelt wirklich ein Fusskerl... Ich kann den Namen nicht aussprechen. So. Dann bleibt nur noch eine Köstlichkeit. Willst du dich ein bisschen ausruhen. oder sofort loslegen? Wir legen sofort los! Jaa... Brüllwuchs, da kommts! Wende dich an Brüllwuchs vom Stamm der Goblins. Sie arbeiten bei der Versorgungseinheits Klageregiment und steht im Beruf, alles besorgen zu können. Du findest sie in der Langrast. Allerdings soll sich dort irgendein Vorfall ereignet haben. Bekipp dich so schnell, es geht dorthin. Geh zum Fähranleger Verborgener Wasserfall und sprich mit Ozunasun. Er wird dir sagen, wie du zu Bröwux Langrast kommst. Bin gleich soweit. Halt dich in den Startlöchern. Ich werde dann nur einmal wahrscheinlich hoch und mich bei dem einem Ding hier harmonisieren, falls ich das noch nicht getan habe. Nee, habe ich noch nicht getan. Da werde ich mich erstmal harmonisieren. Möchte ich wissen, wie viel ich dann bei Bröwux kriege. Wahrscheinlich nicht. Ich weiß gar nicht, wie viele Level ich eben gemacht habe. Vier? Fünf? Weiß es nicht genau. Weiß es geht, check dich. Ach, du willst zu Bröwux Langrast? Verstehe. Dann sprich mal mit der Fährkapitänin dort drüben. Die bringt dich bis nach Regenfängerrinne. Da liegt auch Bröwux Langrast. Hi. Hi. Jupp. Ich will. Hey, Kitty. Ich muss einmal kurz nach Weinhafen hoch und mich harmonisieren. Sonst werde ich es am hinterher wieder bereuen. Ich tue es jedes Mal, wenn ich das nicht mache. Dann habe ich auch bald alle aus dem Gebieten. Oh, das wird doch so ewig dauern, bis ich überhaupt nach Helmets fortkomme, weil ich erstmal eine Fertigbank für Ausflüge brauche. Oh. Das wird ewig dauern. Ich habe extra die Kutsche noch vorbereitet. Ja, ich spüre die Luft des Fliegens. Den kleinen Windhauch. Gott, ich freue mich, wenn wir fliegen können. Das wird so schön. Das wird so schön. Aber hey. Ihr habt ein paar Arbeiter 50. Aber dann muss ich den Taumatoren nicht spielen. Ich will den Taumatoren nicht spielen. Ich hasse den Taumatoren. Ich will ihn nicht. Co. Wörter über großwachsende von Weißgänzenden Ohren von Bröwux hineinbekommen. Kommst du früher Essenssache mit gutem Schmack, ja? Aber es traue Geschichte. Essenssache war schon breit machen. Aber dann Co. Kommen fährliche Tiere ins Zuhause von Bröwux? Kannst du vielleicht scheuchen? Ähm. Weiß ich nicht, wie ich das kann. Vielleicht. Vielleicht kann ich scheuchen. Und ich gehe in so eine scheiß Rüstung dahin, ne? Ich sehe aus wie eine Pappe vom Dienst. Nein. Bis zum nächsten Mal.